Guten Tag Leute, wir spielen heute eine Runde AMA 3 altes live. Richtig krass. Michi hat zu viel LSD genommen. Ich kann fliegen. Ich spiele gerade mit Michi und mit dem Alex. Und wir holen jetzt mal unseren krassen Truck. Beziehungsweise meinen. Ja, genau. Absolut. Perspekt. Schauen wir mal, wie das verwahrt jetzt wird. Ob das so ein bisschen ein Tausch mit LOL wird. Oder ob das dann einzeln beides kommt. Mal schauen. Und ich habe gerade keine Ahnung, wo die Garage ist. Gut. Du kennst dich in deiner Heimatstadt nicht aus. Das wird mich jetzt echt verarschen. Ja, ich habe hier angefangen und habe Pfirsiche gepflückt. Eigentlich haben wir ja in Sophia. Ja, um zu warten, bis wir uns einen Quad kaufen können und dann nach Pykros fahren. Alter, das war so mitten in der Nacht einfach so runtergebreddert. Ach, das hast du dermaßen gedacht. Also wir haben schon eine Menge hier erlebt und da haben wir mal gedacht, ein Ründchen aufnehmen. Was da schon alles passiert ist für kranker Scheiß. Das ist schon edel. Wir hatten auch schon alles mögliche Kämpfe mit Polizisten. Beziehungsweise von Polizisten niederschießen lassen. Tasern und verhaften lassen und 20 Minuten chillen. Überfälle. Im Hedi-Rumpfen. Für sich gepflücken, das waren noch Zeiten. Das war mir gar nicht so lange her. Nach der Polizeiaktion war mein ganzes Geld weg und Alex war minus. Hat ein Hunderttausender Strafzettel gekriegt. So muss es dort. Ja geil, ich feiere dort nicht. Meine Frage, Felix, du hast es nicht zufällig ein 9mm Magazin? Äh, vielleicht. Hab ich glaube, ich würde. Plus. Wir haben jetzt so ungefähr 25 Spielstunden, also die zwei anderen haben ein bisschen mehr. Auf dem Spiel, wir spielen seit dem Free Weekend heute ist Mittwoch. Aber nicht für dich. Also ich habe 9mm, 30 DMG. Ja, ich auch. Ja, okay, passt. Ja, geil, ich feiere dort. Ja, dann kann ich halt nur die Leute K.O. schlagen, falls was, äh, krasses Action kommt. Sorry, ich schaue jetzt mal, ich habe jetzt 5600, wie viel das kostet, das Teil zu holen. Da steht er jetzt hier nicht, oder? Nee, du Gattler. Ich schläge schon, obwohl du uns schlägst, mich du für einer. Ja, Leute, also das kostet für mich, 30.000, das Teil auszuparken. Ups. Ah, das ist deswegen, also... Ach komm, wir zahlen uns alle 10.000, wie tief, ist das anzuschleimen. Ja, okay. Gut, aber gib mir mal was, wie er holt. Habt ihr es dabei, oder gibt es das wieder später? Ja, ich habe immer 10.000 dabei, eigentlich. Ja. Äh, ist doch nix. Deine Mutti ist nicht ziemlich eh. Muss nicht nach... Muss nicht fahren, nix machen, ich bin chill. Ja, ich fahr jetzt. Ja, krasse Karre. So, wo fahren wir jetzt hin, wollen wir uns Heroin? Ich bin mehr als genug gefahren, ich will nicht... Heroin, ne, würde ich echt nicht machen. Machen wir nochmal eine runde Silber. Müssen wir wohl. Okay. Also, so jetzt, Silber Wiener. Dat ist ein Stückchen. Also beim nächsten Mal Geldtransporter befallen, wenn irgendein guter Boss dabei ist, bin ich auch am Start, Alter. Ich muss auch mal sehen. Geld oder Waffen? Jetzt müssen wir die Staatsbank aushauen, Alter. Ja, die sind gerade alle, die... Ha, klar! Boah, wie viele Polizisten sind gerade on? Ach du Scheiße. Du, du. Genug. Du willst da auch noch hin, Michi. Ja. Das ist krass. Ja, aber Michi, das ist richtig krass. Da kannst du sagen, wie die ganzen Spruchten sind. Ja, echt so. Das ist richtig krass. So, Michi, halt. Der bringt uns dann schon durch. Da muss ich natürlich nicht unterwegs. Ich steh mich an der Grenze. Habt ihr denn da? Ach, Heroin. Schon weiter Parade, schon weiter Parade. Kann ich auch mal eine Line haben? Ja, aber es ist für dich eine Line. Das glaube ich, ein Prep. Eine Line-Heroin? Ja, eine Line-Heroin, das ist es. Äh, okay. Kann man bestimmt auch in Line-Art nehmen. Ja, aber ich glaube, das ist nicht so gesund. Generell nicht so gesund aus. Also, du musst unbedingt über Heroin die nehmen. Also, in dem Game. Also, wir sind gestern mit einem mit dem Marv, äh, verzauelt die Umflogen. Der hat gemeint, ich hier, der komme von ihm hat zweimal Heroin genommen, ist dann gestorben, weil es sich nicht wahrnimmt. Das so. Da musst du auffassen, du das Zeug nicht einwirfst. Ja, das kann ich das so auch machen. Ja. Hoffen wir mal, dass der jetzt nicht abschmiert. Ach so, ah, okay. Wir haben ja, Polizei versammelt in Kavala. In Kavala geht immer Action. Jalla, jalla, Kavala. Dann können wir ja die Startsbahn auslaufen. Ich weiß nicht, wie wir am Start sind. Ich fahr jetzt eigentlich nur in die Luftrichtung davon. Weil ich wieder gute Navigation am Start hab. Ja, Alex, mach deinen Job. Was denn? Ja, navigieren. Bin ich überhaupt? Du musst jetzt rechts. Ja, geil. Also, ja, der Zarmus würde uns ja helfen. Oder? Sollen wir machen, Leute, komm, wir machen es mal, oder? Ja, da war jetzt nicht mehr Sinn. Ja, klar, mit dem Locker, das ist ein super Admin. Ich hab ja keine Munition. Felix, halt mal an, halt mal an, Felix. Ey, der Moth ist da. Nicht. Ah, da. Ah, okay. Yo, was gibt's Alex? Alter, der wurde jetzt ernsthaft wieder... Hahaha, das ist geil, Alter. Alter, das kann ich. Das ist die Zentralbank gleich nach der Kontrolle da. So, keines auf dem Start, aber zu. 500k, oder ich ruf die Polizei. Ja, da dran. Ich glaube, wir sollten gleich mal aussteigen. Warte, hey. Wir parken hier irgendwo unser Auto. Warte, ich schau kurz daraus an. Das war eine Scheiße, die mit dem Pinsel fahren, wir hätten SUV oder irgendwas Schnelles nehmen sollen. Ja, das hat echt so. Das war nicht so klug. Ja, okay. Aus dem Teil können sie uns nicht rausball... Äh, tot schießen. Ja, das stimmt auch wieder. Hey, chillt mal. Wir sind auf den Chillen, Alter. Der hat Ahnung. Wir nicht. Das Auto ist gut getan. Ja. Ach, Mann. Ich hab keine Munition. Ich camp dahinter. Wenn Leute kommen, fahr ich weg. Felix, drop mal ein Magazin, bitte. Ey, Felix. Bitte, Felix. Gemein. Bist du Magazinkradler, oder was? Ja, bin ich. Ich, du rissst du dich so rum. Mit Q und E. Mit E und Q. Hast du ihm schon geschrieben, dass wir da sind? Er hat ihm geschrieben, wir brauchen noch kurz. Ich mach eine Gruppe auf mit meinem Namen, okay? Endbämm. Ich hab ihn geschrieben, Gruppe. Meine Gang, durchsuchen. Mexican Mafia, Mitglieder 1, offen. Meine Gang. Ist es die? Ist es die Mexi... Ist es die Mexican Mafia? ZAROS. 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 Ja, okay. ZAROS. Ich seh bis jetzt nur Mexican Mafia. ZAROS. Was? ZAROS, sagst du? Sag, der braucht noch kurz und mach da eine Gang auf. Was, wir haben Pistolen, wir sind schon Motherfuckers. Ich hab das GDW. Alter, bist du heftig drauf. Zeig mal her, das klumpert. Aus Action. Erstmal hätte er verteilen. Ich hab die schlechteste Pistole. Oh, okay. Hast du die Rook? Ja, du auch. Hast du bestimmt Magazin für mich? Ja, hab ich auch. Dann gib hey, bitte. Alter, du Krattler. Wie ist ein Magazin-Krattler? Ja, bin ich aber nicht. So, da, ein Magazin liegt am Boden. Okay, dankeschön. Wie viel Schuss ist es? Ja, jetzt hab ich 30 Schuss, jetzt kann ich richtig rumballern. Ist das 30 Schuss? Ja. What the Pug. So, jetzt können wir mal schauen auf der Gang. Ist mal noch nicht offen. Juckt die Bullen nicht. Juckt die nicht. Bin dann auf der Warnschutz, da weißt du was, juckt mich nicht. Das juckt dich nicht. Ja, dann müssen wir 20 Minuten im Knast. Ne, 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 Michi. Ey, was, warum nicht? Das wird länger sein. Er surft. Alter, Leute, 20 Minuten im Knast. Ist mal ernsthaft, das ist doch gar nicht... Ist auch ein Likobot irgendwie geschehen. Das ist doch gar nichts. Ist mal ernsthaft, da könnt ihr einfach auf Kack gehen, theoretisch. So, bin drin. Ich auch. Boah, ja, ma, auf Konrad. Der ist ganz da hinten. Warte, man kann ja auf das Ding schauen, wo ist. Wie kann das auf drin werden? Warte mal. Wir sind gerade noch high in am Airfield. Ja, okay, wir kämpfen schon davor. Ja, okay, wir kämpfen schon davor. Ja, okay, wir kämpfen schon davor. Gut, Felix, gut. Alter, wie das aussieht, wenn du im NumPadsicht bist. Alter, Alter, habt ihr euch abguckt? Schaut mal, wer in der Gruppe alles ist. Endergang. Warte auf, der zuckt noch. Beide Admins. Beide Admins von dem Server. Ist die doch so Karsen-Stahl-Admin? Ja, der ist auch Admin. Aber der spielt nicht so wirklich, glaub ich. Ich hab den als Admin, äh, als Scope auch erst einmal gesehen. Wissen die, dass wir böse Jungs sind? Da fährt er. Ne, ich kann auf der Map nicht sehen, wo er ist, aber wir können sie am Ding sehen. Er zappelt rum. Zappelt für den. Ey, bei mir ist er übelst, er zappelt für den. Hoffentlich macht er nicht den Alex und überfährt uns. Geht hier alle hin. Ey, hier kann man sogar die Tür öffnen. Jörnwagen. Ja, es ist er. Okay. Hallöle. Moin. Moin. Da ist der Truck gerammt. Wo kam der her? Der war bei uns gar nicht da. Machst du nix. Machst du nix. Der schöne Truck. Meine schöne Limousine. Der прекрасige Lee. Schicke Waffen. Chicke Waffen. Wir sind nicht so gut ausgerüstet. Wir sind nicht so gut ausgerüstet. Wir sind nicht so gut ausgerüstet. War nicht noch beim Döken. Wir sind nicht so gut ausgerüstet. War nicht noch bei mir die Tür öffnen. Nein, das Geld überfallen und wir töten die Bullen. Okay. Okay. Ihr versteckt euch, also ihr mit euren Pistolen. Ich mach den ersten Kopfwagen zusammen. Ja, ihr setzt euch in die Bank, setzt euch so in die Container, dass ihr ermöglicht jeden Eingang abdecken kann. Und versucht, mit denen zu spielen. Also wenn halt nicht einer reinkommen sollte, dann macht ihr mit der Pistole kalt, spielt ein bisschen mit denen. Wir versuchen euch eh zu tasern, also ihr könnt euch eh gegenseitig decken. Okay wir müssen jetzt hier. Kommt doch mit, ich zeig euch wo ihr rein hinstellt, komm jetzt. Okay, ja. Die Container also. Felix? Okay, warte mal. Felix, du hast eine PDW, geh du mal in den Container hier rein, kletter mal dort hoch und mach mal die Tür auf und setz dich dort oben in den Container rein. Warte, ich zeig's. Was? Ich bin gestorben. Wo? Ach du Scheiße. WTF. WTF. Naja, denkt dran Jungs, wenn ihr die Tür noch aufmacht, dann sterbt ihr. Nein. Nein. Die Tür ist gefährlich. Ja der soll halt schnell herkommen. Oder wir gehen schnell abholen mit der Sportlimo. Äh. Nummer 2. Wo soll ich mir spawnen? Doch doch, ein Format beim Rassmantler vorbei. Äh, Blubbery? Ja. Ja. Du kommst hier in den Container rein, setzt dich hier hin. Ach Jera würd ich sagen Felix. Du guckst dann hier so raus, ob die Tür sich öffnet, okay? Jo kann ich machen. Jo kann ich machen. Kannst du das Fenster hier benutzen und rausgucken, ob dich die Tür öffnet. Und Michael, komm mit. Du gehst dann hier in den Container rein, okay? Kannst dann halt auch oben, oben, runter und so gucken. Ach so, und Blubbery? Ja. 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 Du überfällst die Bank, ne? Jo. Weil du dich hier rein setzen kannst. Du gehst dann hier hin, crackst das Safe und gehst dann hier rein und setzt dich dort hin. Okay. Okay. Kann dir Michael, guck dann hier drüben auf die andere Tür, auf das andere Tor, ob sich das öffnet und kann dir Deckung geben, falls bei dir noch reinkommt. Und genauso wie Felix, den wir jetzt gleich nochmal abholen gehen. Hallo Zos. Hallo Zos. Und, achso, Blubbery, guck auch mal bitte in den Seitengang hier rein, in diesen Clan, wenn der sich öffnet. Aber den werden nicht abziehen. Jo kann ich auch machen. Und ich geh mal kurz den anderen einen Idioten abholen. Meine Frage, wie viel kommt eigentlich dabei für jeden so ungefähr raus? Wie viel kommt eigentlich für jeden so ungefähr raus? Pfff, kommt drauf an. Vielleicht 500, 700 K's in der Dreh, denk ich jetzt mal. Also, insgesamt. Also, ich besorg mir noch ne Waffe. So. Ne, insgesamt. Hat da jemanden repacket von euch? Äh, ich. Ja, ich. Ich komme. Ich komme. Felix? Ja. Hast du Auto und Geld? Ähm, ja. Ich kaufe gleich noch ne Waffe dann. 3. Regroup. Ja. Ich denke dann, unser Ding steht noch da, ne? Obwohl, der kann ja. Der wird ja hier dann. Egal. Vergesst den. Ich denke dann, unser Ding steht noch da, ne? Ah, ich geh mal zu den falschen Shops hin. So, jetzt gönnen wir uns mein Backpack. Ist repariert. Ist repariert. Dann kaufe ich mir jetzt noch die billigste Pistole. Felix, bitte nicht abholen, komm. Äh, ich könnte auch herfahren mit dem SUV. Ich komme nicht abholen. Okay. Hm. Oder Felix, ne komm du doch her, komm du her. Sorry. Hey. So, Felix. Ja. Hört man uns nicht eigentlich doppelt? Dann in der Aufnahme. Ja, hört man. Ja, lass mal einen TS muten, oder? Ja, nein. Irgendwas. Äh, vielleicht das Mikro... Ja, okay. Keine Ahnung, weiß nicht. Ja, ich mut jetzt einfach einen TS. Plus, äh, Subboxen halt. Ja, okay. Ach komm, kauf noch Marouk. Ja, Felix, du hast einfach mal einen Knallerart. Ja, er ist... Erster Random Dev heute. Stimmt, das war der erste Random Dev jetzt mal seit langem. Hattest du echt nix dabei? Ah, ich hatte schon gut was dabei, aber... Ich habe ja jetzt momentan so viel Geld, das ist jetzt nicht so... ausschlaggebend. Okay, wär so. Okay, hört mal zu Jungs. Ja. Geht mal in Stellung, blabbering. Fang schon mal an, Felix, der wird ja ne lange brauchen, oder? Felix, wie lange brauchst du ungefähr? Ja, ich bin grad auf dem Weg zur Garage. Ja, ich bin grad auf dem Weg zur Garage. Ich hab dir ne Pistole oder ein PDW, egal. Ich geb dir auch das Geld von mir und dann zurück. Wenn nicht, geht die PDW, mir egal. Äh, und dann beeile dich ein bissel, okay? Ja, okay, ich hab mir... Ich hab mir jetzt die billigste Pistole schon immer gekönnt, ne? Also soll ich schnell... schon knacken? Warte mal noch... eine Minute, dann kannst du das Ding knacken, okay? Okay. Ach, das ist der Safe. Ah, okay. Also für die Zuschauer, die kann ich das nicht sehen. Der... Alex steht vor dem Safe, der wie ein Container aussieht. Krass. Ja, total... echt... egal. Ja, ich schätze mal, dass ähm... ich drauf gehe. 100 pro. Du bist aber unoptimistisch. Obwohl ich eigentlich zu denen gehöre, die am wenigsten sterben. Ja, so wie ich halt. Ja, ja, du sowieso. Wann bin ich das letzte Mal gestorben? Das ist schon ewig her. Montag. Ja, ja. Dann fang an. Ja. Okay. Also der Alex fängt jetzt an. Die nächste Stay, bla bla. Ah, okay. Ja. Kann ich in den Container gehen währenddessen? Oh, 2,7 Kilometer brauche ich. So, aber jetzt schon einen Kilometer. Oh Gott, oh Gott, ich baue nen Unfall.